Erfolgreich im Herz-Business, hier sind wir wieder mit der Frage, wie gehen wir eigentlich mit Giftpfeilen um, die uns von Kunden oder Partnern oder Kolleginnen und Kollegen geschickt werden? Das ist eine wichtige Frage, denn ab und zu fühlt es sich mal so an. Dann gibt es so einen Tag, da wird uns so eine Laus in den Pelz gesetzt. Da haben wir den Eindruck, da will doch jemand böse, dann gibt es mal eine E-Mail, die so richtig, richtig schmerzt oder vielleicht uns auch triggert, wie auch immer es ist. Wir würden gerne unser Konzept, wie wir mit diesen, man muss ja sagen, vermeintlichen Giftpfeilen umgehen, mit dir teilen. Denn am Anfang steht erst schon mal die Erkenntnis, auf die wir uns dann sofort berufen, die Dinge geschehen nicht gegen uns, sie geschehen wirklich für uns. Und mit dieser Energie versuchen wir drauf zu gucken. Und da haben wir zwei Sichtweisen, die wir uns wirklich jetzt antrainiert haben, Susi, oder? Doch, das muss man wirklich sagen. Vor allen Dingen, seitdem wir selbst mit Bob Proctor zusammenarbeiten und natürlich festgestellt haben, alles das, was uns passiert, du hast es gerade eben gesagt, passiert uns erst mal. Ob das dann etwas Dramatisches ist oder ob das etwas Gutes ist, sprich, ganz plakativ gesagt, ob das etwas Negatives ist oder ob das etwas Positives ist, entsteht erst in dem Moment, wo wir es bewerten. Also, zwei Konzepte, die darauf beruhen und du hast es eben gerade gesagt, aber ich möchte es noch mal wiederholen, weil es könnte untergehen erst mal. Wir haben uns angewöhnt, dass von der Draufsicht, von dem Blickwinkel her betrachtet, wir erst mal davon ausgehen, dass alles, was uns passiert, zu unserem Besten passiert. Also, dass wer auch immer sich bestimmte Dinge ausdenkt, von wo auch immer bestimmte Informationen kommen, du hast es gerade gesagt, E-Mails, in welcher Form auch immer diese Botschaft zu uns kommt, das ist ja auch manchmal ganz unterschiedlich, das ist alles letzten Endes für uns zu einem etwas Gutem gereicht. Und diese zwei Konzepte, die sich dem anschließen, das eine ist, dass wir uns angewöhnt haben, nicht zu reagieren, sondern zu antworten. Was heißt das ganz konkret? Also, wenn jetzt zum Beispiel irgendein E-Mail, dein E-Mail-Postfach erreicht wurde, wirklich spürst, am liebsten würde ich mich jetzt schwer darüber ärgern oder aber vielleicht auch noch stärker, es trifft mich wirklich, ich fühle mich getroffen, ich fühle mich vielleicht verletzt, wie auch immer. Und du hättest vielleicht normalerweise den Impuls gehabt, so, darauf muss ich jetzt sofort antworten, sonst kann ich das überhaupt nicht aushalten. So entsetzt bin ich vielleicht oder so emotional getriggert bin ich jetzt gerade auch. Unser Tipp ist dabei wirklich, erst mal tief ein- und ausatmen. Also, was meinen wir damit? Wirklich erst mal dir zur Gewohnheit machen, dass du einen Puffer legst. Einen Puffer legst zwischen der Rezeption dieser Nachricht, die du bekommen hast, also dem Empfang der Nachricht und deiner Antwort darauf. Warum? Wenn wir zu schnell reagieren, dann haben wir natürlich überhaupt nicht den kompletten Blickwinkel haben können auf eine bestimmte Situation. Wir haben uns zum Beispiel nicht die Frage stellen können, was ist eigentlich das Gute daran? Und so ist unsere Antwort im Grunde genommen wahrscheinlich genauso unausgegoren wie das, was wir da eigentlich vom Außen angetragen bekommen haben. Und das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich Ruhe halten. Wir wollen erst mal einen zeitlichen Puffer uns geben, ganz egal, ob das bei dir fünf Minuten sind oder vielleicht eine Stunde oder vielleicht auch zwei oder drei. Und wollen dann in Ruhe reagieren, also antworten, statt einfach nur so ad hoc zu reagieren. Das ist das Allerallerwichtigste, denn wenn du dir bestimmte Dinge mal durch den Kopf laufen gelassen hast und dir nochmal im Klaren darüber werden könntest, dass man das immer so und so sehen könnte, dann wird deine Antwort mit Sicherheit ausbalanciert daran ausfallen. Ja, und das zweite Konzept, das in solchen vermeintlichen Giftpfeilsituationen helfen kann, ist die Frage, welche nachhaltige Botschaft liegt für mich in dieser Nachricht, in dieser E-Mail, in diesem Diskussionsbeitrag, die mich da so getroffen haben, so genervt, so geärgert. Also wenn wir intuitiv denken, Mensch, was erlauben, sprunzt hier eigentlich, dann können wir uns auch sagen, was erlaubt uns eigentlich diese Nachricht in unser Leben zu holen. Und manchmal ist das eine wunderbare Sache, wenn da mal eben diese Response-Zeit verstrichen ist, nochmal zu überlegen, ob da tatsächlich nochmal etwas an Möglichkeit drin ist, in unserem Leben etwas zu ändern, um in Zukunft solche Nachrichten gar nicht erst so weit kommen zu lassen, denen gar keine Grundlage zu geben oder sie eigentlich auch überflüssig zu machen. Was meinen wir damit? Also wenn dich zum Beispiel ein Partner, ein Geschäftspartner schreibt etwas, was dich wahnsinnig ärgert, dann könntest du nochmal reingehen in das, was das Ganze erst ermöglicht hat. Also wenn jemand schreibt, das gibt es doch gar nicht und mir hätte viel mehr von dem Kuchen zugestanden, dann ist es vielleicht daran, dass du nochmal überlegst, wie ist eigentlich dein Produkt aufgebaut, welchen Anteil hat dieser Geschäftspartner daran, ja, wie ist es überhaupt zu diesem ganzen Geschäft gekommen, wer hat den Kunden angebahnt. Also will sagen, dass du nochmal für dich überlegst, was ist eigentlich, wo ist eigentlich deine eigene Grenze? Denn offenbar hat ja dann der Geschäftspartner auch eine Grenze an einer anderen Stelle gesehen. Und wenn es dir gelingt, das für dich klar zu kriegen und in Ruhe damit zu kommen und in Übereinstimmung damit zu kommen, das vielleicht auch mal schriftlich niederzulegen, dann war diese E-Mail von dem, der da ganz viel gefordert hat und von dir noch wollte, ja, sogar ein Riesengeschenk, weil es dir ermöglicht hat, alles mal niederzuschreiben, diesen Kooperationsvertrag vielleicht in ein paar Stichpunkten auch wirklich mal zu Papier zu bringen, damit das nicht nur so mal zwischen Tür und Angel gesagt ist. Ich will sagen, du bist darüber vielleicht auf eine höhere Stufe deines unternehmerischen Daseins gekommen. Es hat dir dabei geholfen, eine Struktur aufzubauen. Es hat dir vielleicht dabei geholfen, die Korrespondenz besser zu machen, klarer zu machen, Uneindeutigkeiten rauszunehmen. Und dann ist es ja wirklich ein Geschenk. Auch wenn wir uns im ersten Moment überlegen, was erlauben für uns. Genau. Also die ganze Überschrift könnte hier, glaube ich, auch lauten, wo liegt das Geschenk für uns, wo liegt die gute Botschaft für uns, wo liegt die Möglichkeit wieder für uns in diesem Umstand, in dem, was wir da gerade von außen serviert bekommen haben. Und wenn du das so nehmen kannst, dann kommt schon wieder mehr Ruhe in das System rein und dann wird das Ganze schon wieder positiver. Und dann kannst du vielleicht auch über den einen oder anderen Giftpfeil letzten Endes lachen. Und vielleicht wird dann auch der Giftpfeil eher in der angloamerikanischen Lesart zu einem Geschenk. For the gift. For the gift. Bis bald. For the gift.